So, Open Zone. Knie beugen. Ha ha ha. Niemals. Hi Kumpel, schau dich in Wazas Hülle ruhig ein wenig um. Äh, ah ja. I planned to do so tatsächlich. Hm, ich will da hin. Scheiße. Merk nie beugen. Danke Tobi. Hallo Tobi. Ich gegenüber Benjo. Ah, guck mal. Diese Honigwabe nehme ich an. Die ist ja richtig präsentiert, Teller hier. Bisschen mies, dass ich, äh, gegen den wahrscheinlich nicht viel anrichten kann. Hm, 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 hm. Das war dumm. Das bringt mir halt auch absolut nichts, aber ich wollte es einfach so for the record haben. Okay. You know what's in there? Nö. Habe ich irgendwie versteckte Fähigkeiten? Nö. Hm, 20. Tobi. Max. Leon. Mürwan. 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 Lön. Ja, Lön werde ich nennen. Nenn mich meine Familie manchmal. Hm. Kannst du irgendwie Staatshilfe geben oder so? die auf deine Rücken. Ich bin nur Donitini. Komm ich da hoch? Hm. Hm. Es sei denn, der chillt jetzt einfach die ganze Zeit hier. Achso, der ist wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit hier drin, ne? Dass ich jetzt einfach mich wieder zurückverwandeln kann. Okay. Aber. Pfeife, danke. Äh. Aha. Aber. Mir fehlen natürlich immer noch Sachen. Und ich will, ähm. Ja, ich hätte gerne Vergewisserung, ob ich mich jetzt schon wieder zurückverwandeln kann. Ich meine, ich kann mich jederzeit verwandeln. Aber. Ich hätte jetzt schon irgendwas verpasst. Also nicht, dass ich dann das hier vergesse. Das ist ein Bumbo-Schädel. Seine Kinder sind einfach nach dem Siegertreppchen eingekleidet. Richtiger Spielsuchtvater. Well. Hmm. 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 Crisis Core ist nicht zufall, dass es da steckt System hinter. Das ist auch ganz lustig Das habe ich gerade im Computer auch dann über Crisis Core geredet Und er hat sich dann auch über dieses System ja beschwert Das ist ja voll dumm, ich habe dann auch so gesagt So, nee, nee, da steckt schon ein System hinter So, das ist nicht komplett random, was man da kriegt Dann habe ich auch gesagt, so, boah, ich höre mich an wie so ein Spielsüchtiger Fand ich ein bisschen lustig, diese Realisierung Warte mal, war ich hier unten gerade drin? Ja, schon so, ne? Ach komm, ich war nämlich zurück, was soll der Geiz Dann gehe ich mal in die Höhle von dem Weihraus, was mich damit schlimm ficken wird Obdachlosenütze, habe ich leider nicht Denn ich habe Obacht Obdach, Obacht, was? Egal Ich habe übrigens heute Morgen wieder ein bisschen Trophäen gekriegt Also ich habe jetzt 50% der Gut, checker 50% der Mission Und alle DBW-Bilder Hey Das heißt, die Spielsucht geht jetzt jetzt richtig los Das ist ganz schön knapp, ey Auf zum Beihraus In der Hoffnung Das ist auch klappt Das ist auch klappt Und der nicht immer wieder zurückgespawnt ist Hey In jeder Ecke könnte das sein Irgendwann ist es fies Aber ist es nicht Und dem muss doch irgendwie dieses Rennen fahren Ich weiß gar nicht, wo das überhaupt ist Wo das geht Slimes platiniert Hey Nett, nett Ich hoffe, Byte Crisis Core, damit ich endlich mal was anderes spielen kann Er hasst mich Schon wieder dieser Bär Nimm die orangenfarbene Nervensäge Und lass den Armen im Wasser alleine Mach doch gar nichts Oh, da hinten ist er Der Schlüssel Ähm Komm ich da schon irgendwie rein? Oder wie funktioniert das? Oh, das ist eine Spiegelung Der Stop-and-Swap-Schlüssel Der irgendwie Den man nicht benutzen kann, ne? Oh, Junge In Verwandlung direkt rechts Wenn man vom Anfang des Levels runterkommt Miss Wie der geheimnisvolle Schlüssel In Zinsen Q2 Der keine Verwendung hat Aus die Stop-and-Swap-Schlüssel Mit enormen langen Codes Die du auf den Boden Der Sandwurge In den Top-Kopf eingeben musst Hm Ich meine Es funktioniert ja eigentlich eh nicht, oder? Es hat ja keine Verwendung Ja, bringt nichts Ich meine, man kann trotzdem mal gucken Was das dann ist, oder so Aber, naja Ich meine, das Bonus-Menü zum Flexen Hm Wieso? Verliere ich ja manchmal eine Fähigkeit Falle ich nicht Oh, warte mal Aha Achso, da ist das Rennen Oh, die sind jetzt in vier Noten Geil Das kann ich eigentlich auch mal gebrauchen Hier Hier, da rutsche ich nicht Cool Oh Ja, wir haben tatsächlich alle hundert Noten Dieser Welt gefunden Applaus So, und jetzt Wie hieß du? Hoi, Freunde Niemand will gegen mich antreten Wir hauen dich in die Pfanne Bärchen Sorry Ihr passt nicht auf den Schlitten Ich fahre nur gegen einen Kleineren Gegner Ich habe eben auch auf den Schlitten gepasst Du Hund Du hässlicher Hund Und Naja Und auf den Export Kriegt man dafür extra Profilbeder und stuff Na, immerhin Blue Jinjo Ja Wo ist der? Wir finden den schon noch Das Rennen gibt es zwei Pause-Teile Hast du dir umhoffnend den Schneemann geholt? Komm, jetzt bin ich schon in der Form Dann fliege ich mal schnell hoch Boah, das kostet ganz schön viel Zeug, wenn ich da mal so sagen darf Peng I don't know Aus einem Besen Ich denke nicht Aha Der Link Aha Guck mal Komm ich von hier einfach hin? Ich hoffe Jippie Jippie Okay Boah, wisst du was ich jetzt machen? Ich muss ja nach unten, ne? So, warte, wie geht das jetzt? So, und dann Ui Ja, Wasser landet natürlich trotzdem Käse Ja Ich weiß es Das looks like me live Gut, dass der gerade im Chat ist auch Na ja, gut Dann fliegen wir nochmal dahin In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht allzu viel fähdern lasse Haha Aber wie fehlt hier noch ein Brüsselteil? Hm 7 von 10 Naja, wir machen jetzt erstmal das Rennen, ne? Ich wechsle nicht mehr Wechsle nicht mehr Ich droppe keine Federn mehr Wechsle nicht mehr Ich droppe keine Federn mehr Ich droppe keine Federn mehr Ich droppe keine Federn mehr Ja Hm, kann ich irgendwo fett reindaschen? Der bringt nämlich auch noch ein Brüsselteil Ah, warte mal Ich kann es mir denken Ist nicht Hatte ich irgendwie der Schneemann irgendwo so eine Art Zielscheibe auf seinem Körper oder so? Na, ich fahre jetzt trotzdem erstmal rennen Äh, ich weiß gerade übrigens nicht mehr, wo der Was der Grundtischleider gemacht hat Muss ich da in der Verwandlung wieder raus? Vermutlich Hä, wie ich da in der Rutsche Kollege Walrose, Lust auf ein Rennen? Dann hüpfe auf den Schlitten Na klar Okay, super Jetzt musst du nur noch den Schlitten Durch die roten Slalomstangen lenken Und schneller sein als ich Alles klar Drei Zwo Eins Los Ich hoffe, dass ihr jetzt automatisch fährt So Moment, nur durch die roten? Ändern die sich? Ja, okay Ey, der wird schneller, das gefällt mir nicht Ey Ich kann springen Was mich anscheinend schneller macht Ne Block mir nicht Arsch Ansteuerung ist das nicht ganz gut Die ist sehr direkt Das gefällt mir Wurde ich wieder auf der Sack Rubberbanding aus der Hölle Scheiße Man blockt mich doch nicht Habe ich gewonnen? Wow, du bist gut In Form, Kumpel Respekt Das hier ist deine Belohnung Ich suche mir Einen schwächeren Gegner Alter, habe ich da noch Das war ja knapp Würde ich behaupten Jetzt wäre das Oxid Hey, inkompetenz Ich habe es geschafft Was willst du? Hm Zu knapp Muss ich jetzt echt einfach nur das gleiche Rennen nochmal fahren? Naja, ich gehe mal erstmal da hin Schauen wir mal Rennen 2 Das hat gerade gesagt Ja, ich bin schwächeren Gegner Ich will ja noch einen Rennen wagen Aber du bist zu gut Wohin ist dieser Dicke Bär verschwunden Okay Dann kann ich ja auch gleich erstmal hier Den Schneemann da bearbeiten Könnt ihr mir mal kurz sagen, dass ich was trinken soll? Weil irgendwie habe ich so einen kratzigen Hals gerade Weil ich kann nicht alleine trinken Doch kann ich Trinkenschlup Erinnerst du dich vielleicht noch was ich Ja, stimmt, stimmt Ich brauche hier irgendwas Äh, okay Ja, ich brauche hier was, was dann wiederum Ich in eine andere Weltkriege und umgekehrt Das ist einfach durstig auf dem Stream Na gut Ich fliege jetzt trotzdem Ich kann ja trotzdem mal ohne versuchen Ich spring raus Aber erstmal fliege ich den Schneemann um Hoffe ich zumindest Versuch es Die Kamera, wenn ich das nicht sehen kann Ist schon ein bisschen räudig Okay Peng Schon ein Sass, ne? Hoppala Oh Gott, ich muss das bestimmt schnell machen Easy game Okay Auf nach unten Sturzflug Ich werde jetzt reinfliegen, komm Naja Lauf doch bitte im Huckbacke, du Speedrunner Ah, nee Man kann sich auch so ein wenigstens, wenn man zuerst geht Das bin ich noch nicht sehen, hier Ausgekackt Was auch immer So, dann versuche ich jetzt mal das Rennen Aber dann, um zu merken, dass es irgendwie nicht funktioniert Oder ich zu langsam bin Ich habe keine Ahnung Mal gucken, was hier abgeht Oder sagt mir jetzt direkt Käse Hey Kumpel, wie wäre es mit einem Wetterrennen Mit A geht's los Feige Bären drücken B Okay So, Strangeln durch Und seid schneller als ich 3, 2, 1 Oh nein Ich bin viel zu langsam Mann, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll Okay Du bist so schlecht Das macht keinen Spaß Ja, ist tatsächlich so Bin ich jetzt tot? Ich hoffe nicht Wobei es eigentlich auch Wenn, dann wäre es auch egal Also, wir fahren noch ein Rennen Ja Nein, tun wir nicht Die Noten sind noch weg Das ist sehr schön Okay Na gut Dann auf in Tobis Tobis Valley Achso, Moment Grundtischhalter Wo hat der Ich weiß nicht mehr Wo der jetzt gerade Einen Puzzleteil aktiviert hat Muss ich die Verwandlung Mit der Verwandlung zurück? Das wäre cool Wenn du mir das mal eben sagen könntest Weil Ich habe jetzt keine Lust Jetzt hier auszuprobieren Ohne Verwandlung Sehr schön Das gefällt mir doch sehr gut Wo ist der Ausgang? Hier ist er Mit der Apfelsaft Das wird so 100% direkt Saft Ach ja Adventskalender Stimmt Der Adventskalender Der Eis Der Eis.de Adventskalender Haha, Eis Weil das ist Eislevel Äh So wie dazu Achso, da oben Okay, dann muss ich wahrscheinlich irgendwie hinfliegen Oder so Oh, das tut jetzt weh Doch nicht Äh Hallo Gut Ich muss irgendwie fliegen Überhaupte ich Dann kann ich hier durchfliegen Ah, ich weiß Natürlich Hier in der Mitte hat sich doch irgendwie was geöffnet Na, warte mal Da war doch irgendwo was Da war doch irgendwo was Ne, da noch nicht Aua Ich kann auch einfach mal töten Ja 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 Hm. Ja, doch was. habe ich mit der schon geredet hier oben ja doch frühstück doch das andere hier unten ist doch was gespawnt gewesen was gespawnt gewesen ich habe den boden leider gestriffen hier ist doch ich verstehe es nicht wie war das nochmal hey bis euch doch was das denn jetzt das ist neu glaube ich guter framerate guter framerate oh gott dieser framerate hau nicht ab von mir ach da kam ich nur dahin okay mann ey kackt doch die wand an ich weiß doch alles nicht mehr hier das belastet mich gerade nein es ist eine möglichkeit um flug fehler zu finden damit ich fliegen kann oder so damit ich halt an das adventskalender positiv komme rein wo ich her kam macht die sache gar nicht besser naja ja das war schon beim kalender aber der mittel nicht und nicht zeit wahrscheinlich ist geht noch nicht okay gut aber die folge ist vorbei mich noch mal so m Bis zum nächsten Mal.